Ähm, Beuteunternehmen Grünschwall. Äh, es geht los, wir wollen mal ein bisschen mit Hanna sprechen. Genie bei der Arbeit. Ich kann keine Ablenkung gebrauchen. Wenn du Bauteile brauchst, kannst du... Oh, eine Jägerin! Ja, gut, gut. Ich hatte gehofft, eine zu treffen. Die Zeit drängt für mich. Äh, dieser Kerov erwartet nur die beste Rüstung im ganzen Verlust. Die verbotenen Westen von mir, aber ich, Hanna, liefere ihm ein Meisterwerk. Und du wirst mir helfen, es zu erschaffen. Natürlich wirst du dafür entlohnt. Obwohl meine Arbeit zu sehen, Lohn genug sein sollte. Okay, die will ich irgendwie gar nicht helfen, oder? Du willst also auch die beste Rüstung bauen? Hm. Mit den Tenak direkt nebenan? Ha, die haben doch ihre ganz eigenen Probleme. Und überhaupt, ich mache nicht nur eine Rüstung. Ich erschaffe hier ein Kunstwerk. Erfüllt von der Majestät alter Maschinen und wundersamer Relikte. Mit der Standhaftigkeit des braven Pflughorns und der Wut des rasenden Verwüsters. So, womit willst du anfangen? Vertrag Pflughörner und Pflanzen. Du sagtest etwas von Pflughorn-Teilen für deine Rüstung. Es gibt eine Herde nicht allzu weit von hier. Wenn du mir die richtigen Teile bringst, wird die Rüstung so unerschütterlich wie sie. Ich versuch's. Oh, eine Sache noch. Äh, Pflughörner hinterlassen Blumen auf ihrem Weg. Okay. Und die Utaro würzen ein Getränk damit, um den Geist zu beruhigen. Das will ich probieren. Vielleicht inspiriert es mich. Na klar. Mal sehen, was ich tun kann. Pflughörner und Pflanzen. Handa hat eine Herde robuster Pflughörner entdeckt, deren Bauteile ihre Rüstung vervollständigen sollen. Weiter einstellen. Findest du in der Datenbundkopie des Vertrages. Ja. Einmal hinter. Und ja, schauen wir uns mal das Pflughorn an. Jo. Also Pflughörner, mit denen hatte ich jetzt nicht so viel zu tun. Außer im Landgötter-Modus. Sammle-Pflughorn-Pflanzen. Ja, sie hat ja auch erwähnt, dass irgendwie hinter den Pflanzen gemacht werden. Also das habe ich auch noch nie so beobachtet. Wir schauen das jetzt uns gemeinsam mal an. Ich denke mal, das ist wie beim Hippo, dass der irgendwie Pflanzen irgendwie rumschmeißt. Und wir das einfach nur aufsammeln müssen. Beim Hippo war ja auch so was ähnliches. Da gibt es noch einen Pflughorn. Sind das hier diese Pflanzen? Ich frage mich nur jetzt, was das für Pflanzen sind. Pflughorn-Pflanzen. Ach, die verwelken dann gleich, ja. Das ist Bitterkraut. Ach, Bitterkraut sind Pflughörner-Dinger? Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Ah, okay. Also Bitterkraut pflanzen die hier. Ich dachte, ich dachte echt jetzt, die heißen Pflughorn-Pflanzen. Ja, naja. Das muss auch einmal hier gesagt werden, ne. Ein Pflughorn-Pflanzen hier. Für den Arsch hier. Wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit hinter den Herr hier. Der sieht uns ja von hinten eigentlich nicht. Es sei denn, der dreht sich jetzt extrem schnell um. So, das ist wieder Bitterkraut. Pflughorn-Pflanzen. Ich bin also frei. So, ja. Ich bin nur frei. Jetzt machen wir das noch. Das letzte hier. Ja, die Armen müssen jetzt erledigt werden. Schauen wir nochmal kurz an. Also Säure-Schaden. Haben die eine Schwäche? Abnehmbar. Sprengstoff. Ja, hinten war irgendwie Sprengstoff, ne. Hinten. Irgendwie hinter den, ähm, sag ich mal, Schutz. Hier ist auch nochmal Sprengstoff. Auch so am Rücken. Schwierig, da ranzukommen, ne. Ich probiere es mal mit, mit Säure. Boah, diese Fägerbogen, die sind halt echt nur auf kurzer Distanz cool, ne. Ich mach mal ein paar Dinger hier. Ja. Da hat's geknallt in der Birne. So. Das machen wir doch hier nochmal. Ja, das, die Kombination mit Säure, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber auf jeden Fall ist das seine Schwäche. Das ist all die Beute, die ich brauche. Ich sollte zu Handa zurück. All das ja ab. Jo. Mach mal auch. Ja, an sich, äh, nicht schwer gewesen, ne. Ein bisschen hinterher wackeln. Das hatte man ja, man ja schon, ja, relativ am Anfang, glaube ich, bei den Hauptquests gelernt. Ein bisschen hinterher zu schleichen und ein bisschen einzusammeln bei den Hippos. Und... Ich hab' das Pflughorn-Bauteil für dich. Und die Blumen. Hammer und Zange! Sind sie nicht atemberaubend? Hier ist deine Bezahlung. Und jetzt zu... diesem... Blumentrank der Utaro. Ich bin bereit für Inspiration. Ich muss gehen. Das Glück sei mit dir. Na ja. Jetzt wird sie langsam wieder ein bisschen normal. Finde ich. Aber trotzdem noch ganz schön abgehoben hier, die Gute hier. Und jetzt wird sie langsam wieder ein bisschen abgehoben.